Es ist wirklich so, dass die Piloten und die Techniker dann an ihren Maschinen quasi untergebracht sind. Das sind spezielle Gebäude. Dort haben sie die Möglichkeit, innerhalb von 15 Minuten, bei Tag und bei Nacht, nach der Alarmierung in der Luft zu sein, um eindringende Flugzeuge abzufangen und zu identifizieren. Und diese Hangars haben beide die Luft und die Landkriebe, die hand in hand arbeiten, um diese 15 Minuten bereit zu werden. Die Mechaniker und die Techniker halten die Luft auf der Top-Line, bereit zu gehen. Die Piloten leben in den Hangars mit ihnen, während der Zeit, um die Flugzeuge zu gehen, damit sie einfach nach der Luft zu gehen. Die Luft sind bereits auf der Luft und bereit zu gehen. Und 15 Minuten nach dem Ordnung, die Luft sind geöffnet, die Luft sind, nach der Intruder. Ja, und wenn die Flugführungsdienste ein Eindringling, ein Flugzeug, ein nicht identifiziertes Flugzeug melden, dann wird eben diese QRA, diese Quick Reaction Alert, alarmiert. Und besonders die Fähigkeit, schnell startfähig zu sein. Und die außerordentliche Steigleistung machen den Eurofighter zu einem Kampfflugzeug, welches in der Einsatzrolle als Abfangjäger natürlich ganz besonders gut geeignet ist. Und das werden wir gleich sehen, meine Damen und Herren, diese schnelle Start- und Steigfähigkeit des Eurofighters. Well, when the ground-based or air-based radars pick up an intruding aircraft, entering German airspace without a clearance, the Eurofighter Typhoon is ready. Now, this aircraft is perfectly balanced and perfectly tuned for this kind of operation, because the acceleration on the Eurofighter is phenomenal. Its ability to accelerate and climb and find the intruder extremely quickly makes it basically ideal for the task. Und jetzt kommt von rechts der Tornado und simuliert ein nicht identifiziertes Flugzeug, das ihn in den deutschen Luftraum eindringt. Und jeden Moment werden die Eurofighter alarmiert, um dieses Flugzeug abzufangen und zu identifizieren. From the right are Intruder Aircross und der Eintracht. Und jetzt kommt der치? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und das wird so gemacht, dass einer der beiden Abfangjäger in einer hinteren Position zurückbleibt Und einer der beiden Abfangjäger in einer hinteren Position zurückbleibt Um dem Rottenführer vorne Notfalls Deckung zu geben, falls das eindringende Flugzeug nicht folgeleistet The first task, obviously, is to identify the intruding aircraft The second task, as you will see shortly, is to communicate with it The first task, invest� Portion des ZDF für funk, 2017 Und der Valle-ZDF für funk, 2017 Valle-ZDEF für funk, 2017 Aus違うschule Musik Ja, und wenn sich der erste Eurofighter jetzt dem Tornado nähert, es gibt also in der internationalen Luftfahrt internationale Signale, Zeichen, die von allen Besatzungsmitgliedern, von allen Piloten bekannt werden und auch bestätigt werden müssen. So ist es zum Beispiel, dass wenn man abgefangen wird, wird das Flugzeug, der Abfangjäger wird mit dem Flugzeug wackeln und man wird das eben bestätigen und dann folgen. Das sind solche Signale, die in der sogenannten ICAO, in der internationalen Luftfahrtorganisation festgeschrieben sind und die zur Schulung eines jeden Piloten gehören. Follow me and land immediately. The replying wing-rob means I will comply. And the second typhoon behind is to back up his leader to make sure that the aircraft does as he is told. Christ, in the fight, what can you do? For God and you, there is no help, no help from you. For God and you, there is no help from you. Der Eurofighter hat einmal mit dem Flugzeug gewackelt, das heißt, du musst mir folgen, wir führen dich zurück zum Flugplatz. Und als Bestätigung macht das Gleiche eben der Torado, der mit seinem Flugzeug wackelt und sagt, okay, ich habe verstanden, ich folge. Und die ganze Zeit ist der zweite Eurofighter, bleibt etwas zurück und könnte, falls das Flugzeug nicht vollgeleistet, eben eingreifen zur Notaufwaffe. Man kann zum Beispiel mit der Bordkanone, mit Leuchtspurmunition an der Formation vorbeischießen, als eindeutiges Signal doch zu folgen. Well, as you can see, the typhoon gave the signal, the Tornado replied, and in case he doesn't do exactly as he's told, the leader has led him to an airfield and shown him where he is to land, right here in fact. And if he doesn't do what he's told, then the second typhoon sitting behind him has got a very powerful cannon and a range of air-to-air missiles who could deal with him quite effectively. Ja, und nachdem die Kontaktaufnahme der Eurofighter eben erfolgreich war, würde dann die Flugsicherung entscheiden, dass das eindringende Flugzeug am Flughafen Berlin-Schönefeld zur Landung gebracht wird. Dazu geleiten die Eurofighter das fremde Flugzeug bis in den Händanflug und zur Landung. Of course, die Intruder-Aerfahrung kann vielleicht komplett innochen sein, vielleicht nur jemand, der sich verloren hat, oder es ist etwas ganz anderes. Either way, what will happen is the Tornado will be escorted to land, the second Typhoon will be staying behind him the whole time. Once he lands, of course, Grand Troops will approach the aircraft and secure it, at which point the Typhoon's job is finished. Und wir werden sehen, dass wenn der Tornado jetzt landet, die Eurofighter immer noch nah dabei bleiben, in der Luft bleiben, über dem Flugfeld, um natürlich auch sicherzustehen, dass das Flugzeug, das zur Landung geleitet wurde, nicht wieder abhebt. Und das muss nicht immer eine negative Absicht sein oder eine feindliche Absicht, diese Einringler. Das können auch einfach Flugzeuge sein, die navigatorisch Probleme haben, die nicht mehr wissen, wo sie sind, die Funkausfall haben, die eben dann auch auf diese Art und Weise zu einem Platz zurückgebracht werden. Und das kann auch auf diese Art und Weise gehen. Und mit der Intruder Sicherheit auf dem Boden können die zwei Typhoon ausbrechen und zurückkommen zur Basis. Ja, und nachdem das abzufangende Flugzeug, der der Tornado jetzt am Boden ist und von der Landebahn rollt, würde er im echten Fall dann eben von Sicherheitspersonal am Boden übernommen werden, die alle weiteren Vorgänge in die Wege leiten. Und damit kann auch die QRA, unsere Quick Reaction Alert, die beiden Eurofighter, die jetzt bereits das Fahrwerk gefahren haben, zur Landung zurückkommen. Und seitdem sie aus hier auszulassen, werden die zwei Typhoon hier wieder landen. Eine gute Demonstration von genau, was die Quick Reaction Alert all ist. Genau, das war eine perfekte Vorführung, meine Damen und Herren, wie die Eurofighter der Luftwaffe den Luftraum über Deutschland 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, sichern und überwachen. Ja, vielen Dank dafür an die Luftwaffe und es geht weiter mit Vorführungen der Bundeswehr nach der Landung der beiden Eurofighter. Und in einer kleinen Pause, nach einer kleinen Pause melden wir uns gleich wieder mit den nächsten Burkamp-Punkten, meine Damen und Herren. Well, many thanks to the Luftwaffe for bringing us that exciting demonstration. And there will be a short pause and then you're going to see something very different.